Tag zusammen, hier ist wieder Ben und ich muss eine kleine Ankündigung machen, denn ich werde mich von League of Legends absagen. Ich bin jetzt ab sofort Probe-Spieler von Hello Kitty Online und werde diesen Kanal hier auch schließen. Danke für all eure Unterstützung und ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Haut rein!